UNTERTITELUNG Was ist das? Es wird etwas geschehen und es wird bald geschehen. Eine große Prüfung erwartet dich. Ich habe einen Mann auf der Wiese gefunden. Er atmet nicht, aber er lebt. Vielleicht ist er ein Gott. Wie bist du? Ich weiß es nicht. Du bist ein Krieger, Raduz. In der Zukunft warten schwierige Aufgaben auf dich. Mein Nachfolger, Moimer. Dein Vater spricht nicht die Wahrheit. Du bist ein halber Havare, Raduz. Ja! Mein Leben lang lässt du mir keinen Frieden. Wieso? Ich habe mein Gedächtnis verloren. Bis ich herausgefunden habe, wer ich bin, bleibe ich hier. Entdeckung! Avaren! Was ist dein Plan? Sie hat den Plan. Ich bitte dich, mir noch einmal zu helfen. Was geht denn da hinten vor? Jeden hier ist klar, dass du nicht zu unserem Stamm gehörst. Und ganz sicher bist du kein Slave. Laurieß. Du bist hier, was ein Geschenk? Du bist hier, was die Sitive Fakt timingen. Du bist kontrolliert.